Natürlich bin ich traurig, weil ich einfach viele Dinge gerade verpasse, aber das gehört auch dazu. Mit 16 habe ich Hals über Kopf meine Familie zurückgelassen. Bin nach Berlin in ein Sportinternat mitten in den Wald gezogen, aber es musste so sein. Auf dem Weg zum Profi erlebt man viele Leute. Wenn man viel reist und viel woanders ist und Freunde es einfach nicht akzeptieren, zerbrechen Freundschaften. Zeit mit Großeltern muss man leider nach hinten schieben. Der Mix wird jetzt olympisch. Ich will nicht nur dabei sein, ich will eine Medaille. Alles andere muss bis 2021 warten. Dann kann ich immer noch anfangen Kaffee zu trinken, Familienurlaube zu planen oder mich mit Freunden treffen. Ich bereue nichts. Das war es mit dem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich muss zugeben, dass ich meine Mutter schon ein bisschen vermisse. Klickt hier, um die anderen Neuwaldsathleten anzuschauen. Oder abonniert, um mehr zu sehen. Bis bald. Ich bin gespannt. Tschüssiti 꿈stätten. Ich hoffe, euch hat es gefallen.